Ja, ich bin dann wieder hier, Mittwoch. Mittwoch rum, wochig rum. Sie trainieren hier mit den Leuten, die da sind. Ja, doch noch allerlei Leute hier. So, am Morgen haben sie noch ein Freundschaftspiel gegen die dänische Mannschaft, gegen Wieburg. Werder ist wieder herrlich in Hamburg, besser wie in Spanien. Ich habe gesagt, einen Anruf aus Spanien gehabt, da regnet das in Ström und nur Scheiße. Aber wie gesagt, hier haben wir mal eine schöne... Ja gut, das geht hin und her hier, Jungs. Macht viel mit dem Ball. Er muss sich auch bei Laune halten. Ich hoffe, dass sie sich nochmal zusammenreißen und wir nochmal einen schönen Endspurt sehen hier. Ich hoffe, wenn sie das jetzt nicht machen, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Dann fehlen mir langsam die Worte. Aber ich würde euch eins sagen, ich nehme an, dass sie auch an Tim festhalten. Das gibt es ja gar nicht. Es ist ja auch noch nichts passiert. Es kann alles passieren. Ich drücke die Daumen, das kann ich nicht machen. So, Jungs, auf ein kleines Video mit bewegten Bildern. Oder wollen wir sehen, was ich noch hinterher noch raufkriege. In der zweiten Schicht, das ist die erste Schicht. Alles schön agil. Wunderbar, Peter hat alles drauf. Siehst du, guck an hier, wunderbar. Alles gut. Nordhaus V. Tschüssi.